Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Python. Heute mit einem weiteren Feature, was in Python 3.8 dazu kam und zwar Format Strings. Und ja, ihr könnt mich jetzt gerne auslachen, Format Strings sind natürlich nicht neu in Python 3.8, sondern gibt schon eine halbe Ewigkeit, aber es gibt ein neues Feature für Format Strings und ich habe Format Strings noch gar nicht vorgestellt in unserer tollen Playliste hier und deswegen mache ich das jetzt nachträglich sozusagen. Okay, also was sind erstmal Format Strings? Naja, Format Strings sind eine Möglichkeit, eure Strings ein bisschen angenehmer zu gestalten. Also wenn wir jetzt uns das Ganze mal angucken, wir haben hier eine Variable Foo, die wir ersetzen oder die gesetzt ist und ja, die wollen wir ausgeben mit Foo. So, dann brauchen wir natürlich erstmal ein Foo und wir nehmen jetzt einfach mal an, dass das irgendeine Klasse ist, vielleicht sogar über eine Methode berechnet und so weiter und so fort. Dann können wir das natürlich so ausgeben und dann bekommen wir hier Foo gleich 42 raus. Richtig toll, oder? Es ist angenehm, das so zu schreiben. Teilweise macht man es auch mit einem Plus, das heißt man konkateniert die Strings. Im Endeffekt ist es ein kleines bisschen anders von der Verarbeitung her. So sind es zwei Parameter für die Printmethode oder Printfunktion und so ist es ein Parameter, aber wir bauen uns hier noch einen neuen String zusammen. Wenn wir jetzt das allerdings so ausgeben, dann kriegen wir hier einen Fehler. Ja, logischerweise, weil das hier eine Zahl ist und wir können nicht eine Zahl an den String dranhängen, also müssen wir das Ding erstmal umwandeln in den String. So, und ja, jetzt hat man eventuell noch mehr Variablen, also zum Beispiel noch ein Bar, ups, ein Bar, was wir setzen auf, ups, auf den String von Bar und in unserem Fall ist Bar natürlich 1, 3, 3, 7. Ist ja ganz klar. Und dann hat man hier eben sehr, sehr viele Variablen und vielleicht möchte ich jetzt noch, ups, da fehlt vielleicht ein Komma und ein Leerzeichen oder sowas. Und dann möchte ich hier vielleicht noch ein Leerzeichen und eine neue Zeile oder sowas haben. Also, ihr seht, es wird relativ komplex und zwar sehr, sehr schnell. Ich weiß jetzt zum Beispiel schon nicht mehr, wo ich überall Leerzeichen drin habe und wie das eigentlich genau auszusehen hat. Nicht so geil. Deswegen gibt es Format Strings. Format Strings, nehme ich euch das ab. Ihr braucht dann nur noch einen einzigen String. Ihr müsst also keine Strings mehr zusammen konkatenieren und das macht die Sache deutlich einfacher, weswegen wir hier auch einfach schreiben können, fu ist gleich fu, ups, das ist die falsche, also die geschweiften Klammern natürlich benutzen, die geschweiften Klammern benutzen und dann wollen wir ein Komma, ein Leerzeichen und dann machen wir hier bar ist gleich und dann hier die bar rein, also die bar Variable rein und dann ein Leerzeichen und eine neue Zeile. So, ihr seht, das hat nicht funktioniert, weil wir hier immer noch fu und bar drin stehen haben und das ist natürlich Absicht. Man möchte hier, oder Python möchte hier, dass ihr die Wahl habt, ob ihr ein Format String benutzen wollt oder ob das einfach nur eine Ausgabe ist, die wirklich auch mit diesen geschweiften Klammern ausgegeben werden soll. Und ja, was man also machen muss, ist, damit Python das als Format String erkennt, hier ein F vorne dran hängen und dann sehen wir hier, okay, das funktioniert so. Und übrigens, das könnt ihr nicht nur in Print Statements machen, das könnt ihr im Endeffekt in jedem Format String oder in jedem String machen. Ihr könnt jeden String zu einem Format String machen, dort einfach Variablen einbauen. In Print Statements oder in Log Statements macht es natürlich am meisten Sinn. Ja, und jetzt sehen wir hier, wir kriegen direkt die Variablen ausgegeben. So, und das ist jetzt nichts Neues gewesen. Das sind Format String im Endeffekt. Jetzt wollen wir uns noch ganz kurz angucken, was jetzt die Neuerung in Python 3.8 ist. Denn ja, man hat gesagt, Mensch, in den allermeisten Fällen benutzt man Format String genauso, wie ich das gerade gemacht habe. Man möchte irgendwelche Variablen loggen, sprich irgendwo ausgeben, in eine Datei oder in Print Statements oder, 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 damit man eben weiß, was für einen Wert diese Variablen haben. Und ja, deswegen, man muss immer noch alles doppelt schreiben. Also Foo ist gleich und dann die Variable Foo. Und das ist ein bisschen nervig, haben sich die Entwickler gedacht. Sprich, was sie gemacht haben ist, Mensch, lass das doch einfach raus und mach ein Foo ist gleich hinten dran. Also Foo ist gleich und hier bei Bar machen wir auch ein Bar ist gleich. Also dieses ist gleich muss jetzt auch in diese geschweifte Klammer rein. Wenn ich das jetzt hier ausgebe, dann sehen wir hier Foo gleich 42, Bar gleich 1337, ohne dass wir diese Variable zweimal schreiben mussten. Das ist schon sehr, sehr angenehm und ja, auch ziemlich komfortabel, muss man sagen, dass man das hier alles in ein Ding reingepackt hat. Und ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine coole Neuerung, was vielleicht eure Produktivität und vielleicht sogar ein bisschen die Lesbarkeit noch verbessern kann, meiner Meinung nach. Und das ist ja quasi, das sind die Punkte, wo Pfeifen auch wirklich absolut scheint, wie eine Sonne könnte man sagen. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Viel Spaß mit Informant Strings und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.